Ich bin fett. Ja nix gut, weil kein McDonalds in der Nähe. Moin Moin aus der Stadtteilschule Bergstedt, let's go. Waller größter Saftladen. Wurde von Lehrer mit Mandarinen-Schale beworfen. Käsebrötchen mies teuer. Rewe ist billiger, aber Lehrer kontrollieren stärker als Nordkorea. Einfach schlechte Schule, ganz klar. Jeden Tag Schlägerei. Ich liebe meine Schule.